Die sind wirklich däppert als wie die Nacht. Die ist dumm aus dem Belanghammer, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, die studierte Beste ist dumm wie die Nacht. Ich glaube, sie ist studierter, weil sie ist dumm aus dem Bett. Ja, normal. Die müssen sie sich einmal angerannt lassen. Die hat sie eh schon einmal angerannt lassen. Jetzt rennt sie ihm wieder nach. Die hat schon einmal nach euch geschickt. Ein Trottl-Typ schickt der däppert die Alte nach euch. Und die Alte kommt noch einmal zurück. Dann ist es däppert. Glauben Sie, dass die wirklich studiert hat? Ja, bei Nulls hat man studiert. Wie viele Nullen drinnen sind. Auf fünf Nullen hat sie gewusst, die sind Nullsotten. Die hat nicht studiert. Wenn ich studiert habe, dann bin ich Hochschullehrer. Die Beste hat nichts in der Birne. Die hat sogar geglaubt, dass man mit ihrem gemeinsamen Karriere macht mit dem Liert. Ein sozialer Trottl, was aus der Wohnung rausgehalten hat, was kein Zinspäck hat, was kein Haken hat. Mit dem kann sie eine Karriere machen. Reichsbrocken, zweiter Pfäller. Sie besuchen eine Unterkunft miteinander.